Adventszeit ist Kindertheaterzeit. Tausende Jungen und Mädchen schauen sich in diesem Jahr das Stück Ronja Räubertochter im Krefelder Theater an. Die Inszenierung nach dem beliebten Kinderbuch von Astrid Lindgren nimmt die Zuschauer mit auf einer Reise in den Mathiswald. Die Hauptdarstellerin Vivien Delektadeur spielt die freche Räubertochter und stand uns bei WZTV Rede und Antwort. Wie schafft man es auf der Bühne ganz zum Kind zu werden? Generell kann man ja sagen, es ist eigentlich wie jede andere Rollenarbeit im Laufe der Probenzeit, identifiziert man sich mit der Rolle und bei Kind ist es dann noch etwas anders, weil man irgendwie das ablegen muss, zum Beispiel, also größtenteils, sich ständig selbst zu reflektieren oder einfach diese Welle an Selbstschutz, die man sich so aufbaut im Laufe des Lebens, weil Kinder haben das einfach nicht. Die machen genau das, was sie wollen und wann sie wollen und denken nicht darüber nach, wie es wirkt. Entdecken Sie etwas von Ronja auch bei sich selbst wieder? Ja, schon auf jeden Fall, weil ich war ja auch mal Kind und es ist auf jeden Fall schön für diese eineinhalb, zwei Stunden auf der Bühne wieder ganz unbeschwert und frei da sein zu können. Welche ist denn Ihre Lieblingsszene? Ich freue mich immer am meisten auf die Szene und über die Szene, wo Ronja wieder zu Mathis kommt, also wo Mathis dann in den Wald kommt, um Ronja zu sagen, sie möchte doch bitte wieder nach Hause kommen. Das ist wirklich irgendwie am schönsten, diese Wiedervereinigung und dann auch die Vereinigung von Birk, ihrem besten und einzigen Freund und ihrem Vater, den sie über alles liebt. Das ist wirklich toll, ja. Was war als Kind Ihr Lieblingsbuch? Tatsächlich auch Astrid Lindgren, allerdings Ronja kannte ich vor dieser Produktion noch gar nicht, muss man dazu sagen. Aber es war dann eher die Kinder von Bullaby waren ganz toll, Michael aus Lenneberger. Ich persönlich, mein Favorit war Lotta, schon immer Lotta aus der Krachmacherstraße. Genau, ja. Also auch Astrid Lindgren, die hat einfach sehr vielseitig und viele Sachen, die Kinder einfach immer wieder ansprechen. Welche Stelle bei Ronja-Räuber-Tochter kommt denn bei den Kindern am besten an? Am allerbesten ist definitiv immer die Endszene, die Kampfszene, wo Borka und Mathis aufeinandertreffen. Also da ergreifen die richtig Partei und feuern an und sind voll dabei. Also da kommt man kaum gegen an als Darsteller, auch lautstärke technisch. Also das ist immer toll. Wer jetzt auf den Ronja-Geschmack gekommen ist, hat noch bis Weihnachten die Möglichkeit, das Stück auf der Bühne zu erleben. Aufführungen gibt es unter anderem am 15., 16. und 23. Dezember.